Ja hi, wir sind heute in Regensburg im Studio, erster Studiotag und wir nehmen heute die Drums auf. Philipp ist schon kräftig am üben. Hi, wir sind heute am ersten Tag hier in Regensburg im Studio, der Tag hat mit viel Tumult heute Nacht um 4 Uhr angefangen. Ich bin aufgewacht neben dem Quantus und der Quantus ist erstmal kotzen gegangen, weil er das Essen von gestern Abend nicht so vertragen hat. Einfach nur Snare Tom Tom, was ganz easy ist, das fand ich saugeil und das war ziemlich auf den Punkt gespielt, also den hab ich mal markiert, den hätten wir auf jeden Fall. Ich mach noch einen Versuch. Und hier ist das wichtigste vom ganzen Studio, der... Das ist ein Lenkautomat. Alles, was das Herzverkehr hat. Ja, das Schlagzeug ist mittlerweile fast im Kasten. Wir haben gedacht, wir berichten euch einfach mal davon. Lies lieber mal ein Buch, denn wieder drüber nach, was du doch alles machen willst, weil wenn man alle in Kraft, du brauchst ein feierer Kopf, drum geh mal wieder raus. Dein Handy steigst du weg und deinen Fernseher haust. Über Herz, zwei, drei, eins, drei, zwei, drei. Dann auch ein Buch. Da ist immer noch ein Buch.